Moan 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 Wenn du einmal Moan hast, ist ja kein Problem Kommt mir ja schnell dran Wetterbericht 1 cm Schnee 1 cm Meine Sonnenblumen sind schon gewachsen im Haus Ja gebratene Pilze Danke Schatz Ab den Kühlschrank damit Du kriegst den Salat Ich krieg immer Salat Hallo Hallo Ah Auch schon für mein Bizeps immer so hart Das gütet Das glaub ich dir Hm Alter Wie soll man sich bei diesem ganzen scheiß Tapeten zurechtfinden Da bist grad bei mir am gucken Jo Das Teil ist nicht schlecht Du einfach so Kann man ja mal machen Hm Ich hab ja auch den ganzen Tag gebraucht Um wirklich passende Tapete Oder auch den Boden überall rein Dann stellt's alles um Ah heute will ich nicht viel machen Weil heute was Festes Du kannst ja eh nicht viel machen Das ist ja das Problem So sieht das doch schon mal viel wohliger aus Können wir uns eure Frauen heute beschenken Das war's auch schon wieder Ja weg Meine Frau Das sagen die Richtigen die morgens immer in mein Haus rein kann Oh Vor allem die Richtigen das hat auf Fabi grad gesagt Nicht ich Geh jetzt auf eine Hütte Wer wird jetzt deine Frau krallen Hier Abigail Ich hab was zu essen mitgebracht 200 Köder Halt Und die nächste hier beschenken Hier Abigail Bitte schön Ich hab ja schon Ich hab ja schon Drei Habe ich schon Drei Alle verheiratet Hallo Verheiratet Wie viele Kinder Oh Wollt ihr kriegen Du bist du das Nein Ich bin doch nicht zu Marnie Oh gleich Gleich Ohne Stress Ein bevor es wächst Blech Ich hab schon wieder ein paar schneller Slime bekommen Es ist 14 Uhr, ne? Schon wieder ein Verschein an Slime. Sauen wir gleich schon, ne? Ich brauche noch mal. Sauen wir mal. Ja. Blech Julia-Tapete im Kinderzimmer aufhängen. Das ist euch in Gang, Kinder. Aua. Aua. Kommt her, kleine Slimelein. Boah, ich boxe euch gleich alle kaputt, ey. Box sie, box sie. Ja. Ins Gesicht, ins Gesicht. Ja, weil da so andere verschiedene Farben, die du vorher hattest, so orange, schwarz. So ausser was mit den Slams noch so. Ich bin ready für alles. Ja. Bin auch gleich da. Komm doch, wir waren jemand angetappt. Okay. Hör ich. Hallo. Ey, mein Pferd! Ah, schon ganz vorne. Okay. Schau dir mehr, wo mein Pferd. Die hat definitiv leer gemacht, die Skull drin mit. Oh, die klopft dann noch an ihrer komischen Burg rum. Baby, dein Schneemann ist ja... Wow, dieser Schneemann muss echt überarbeitet werden, von wem der wohl ist. Der ist hässlich. Fabi, ich will nichts sagen, aber deine Freundin kann keine Schneemänner machen. Deine macht niemand ein. Ne, meiner guckt sich gute Skulpturen an. Weil die vergänglich sind. Bereit? Ja, es geht klar. Ach, ja immer. Immer. Immer, immer, immer. Ich gehe oben. Hier zu Willi. Okay. Zu weit geworfen. Lippst auch zu weit. Kann das sein, dass alle drei zu weit geworfen haben eben? Fischi, 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 fischi. Ich krieg gar keine Algen. Ne, süß. Schon wieder. Ich krieg was daneben geworfen, schon wieder. Lach nicht, Fabi. Wenn du echt nur Müll rauskriegst grad. Ein Fischi. Weiter Fisch, Fabi. Dritter. Dritter. Fabi ist auch ein Cheater, ey. So bitter schön für den Glück. Bei meinem Angeln... ...so Fie, weißt du was? Bei Willi. Bei Willi sind es nur Fische. Ja, ja. Teilen angeln bestimmt nebenbei Bier. Ja, das ist ein Fest, was ich nicht mag, ey. Angeln. Ich hasse angeln. Oh. Das sieht noch richtig mein Hass... Hass sein die ganze Zeit. Okay. Wenn ich das auf C machen will. Geht doch schnell, eigentlich. Sagst du. Ja, sag ich. Ich bin bei Willi echt immer nur Fische, oder was? Ich hätte mir selbst nichts anderes. Was schmeckt das schon? Ja, Fabi. Fisch hast du, Fabi? Hm? Wie viele Fisch hast du? Weiß hin. Locker sechs oder sieben. Ich hab fünf. Sechs auf jeden Fall. Nein, der letzte hat grad nicht mehr gezählt. Was für ein Schwein? Ja, mein auch nicht. Mir hat eine Sekunde gefehlt. Man schaut, dass die Zeit noch weiter läuft dann. Asch, asch. Asch, asch. Fabi und E gewonnen. Na? Na? Wo kommt eigentlich das Wasser her? Im Sommer... Ach. Stimmt. Im Sommer ist hier einfach nur Erde. Mhm. Fabi mit sieben. Ich hatte fünf. Boah, ein Magnet. Ein Widerhaken. Verkleiderter Dreher und ein Matrosenhut. Jaja. Außer der Hut. Der Fabi von eben? Hä? Darf Anax? Hä? Darf Anax. Der Fabi von eben. Ist doch der gleiche. Na, wat. Welcher Fall? Ja. Frag da grad. Bei mir im Chat. Ja, ich glaub bei dir auch. Ist immer der gleiche Fabi bei uns. Eigentlich ja. Nein. Nein. Stimmt. Das ist nicht wahr. Was denn? Aber ich muss morgen nochmal los, die ganzen Geschenke verteilen. Ja, ich auch. Du kamst ja bei Krobus ja nicht rein. Abby, warum stehst du hier noch rum? Was hältst du von meinem Schneedingen? Achso. Schon wieder? Also sie bezeichnet es selber nicht mehr als Schneemann. Er meint eben. Nee, nee. Nee, dann nicht. Also so hat er dich grad gewechselt. Nee. Ja, Fabio. Was machst du denn heimlich von uns immer noch? Ja. Wollt ihr nicht wissen. Ja, ja. Fabi ist bestimmt so heimlich so big, big fanboy oder so. Weißt du? So riesen, riesen Streamer. Der verheimlich war uns die ganze Zeit schon. Also keine Ahnung. Das ist Fabi schon. Fabi denkt sich so. Hehehe. Hey. Ihr Kleinen, wenn ihr wüsstet. Dritter, siebter. Ah. Fest. Ich guck gerade, wer den Geburtstag wieder hat. Der nächste wäre der zehnten. Der Emo. Ja. Der Mark Schattener, ja. Emo Boy. Dit 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 dit. Emo Boy. Was geht ab, Schatzi? Schon wieder, Soldat? Was ist mit ihr? Bei mir erzählt Abby fast jeden Tag, stört dich doch nicht, wenn ich was an der Einrichtung ändere, ne? Aber passieren tut nischt. Nö. Ok, ich geh in den Stall, dann geh ich gleich los. Ihr Horoskop ist nicht allzu gut. Aber sie würde das besser los machen. Wir haben den Luxushühnerstall. Ja. Ja. Yay. Wir können Hasen machen. Ja. Hasen, Hasen, Hasen. Ah, falsche Gäste. Ja. Ich geh mal Hasenpfoten. Ah, ich musste mal gehen. Äh, Bier war mit Hörpfen in dem, in dem Fass, ne? In dem Reifenfasser, genau. Ok. Das behalte ich gleich bei mir, für unseren Emo zum Geburtsdruck. Ja, der ist am 10. Ah, wo? Doch. Ja, morgen halt, ne? Gleich einen Schattenei behalten. Ja, kannst du eh behalten. Boah, das ist ja so genug. Ja, deswegen. Aber wenn ich eh grad schon hier dabei bin, weiß ich nicht. Ja, ich muss schon meins wollen. Oh, du hast die Wege schon wieder neu gemacht, Fabian? Nein. Weil die Bäume ausgewachsen sind. Keras Mutis brauchen wir nicht mehr. Ne, da braucht keiner mehr. Na, der Zweck jetzt noch. Boah, Krobus, nur noch zwei? Natürlich auch geil. Okay, ich bescheuert den schon mal weg. Ich bescheuze. Ich bescheuze. Ich bescheuze. Dimitri ist eigentlich schon irgendwelche Geschenke mal außer am Geburtstag. Ja, ich habe bei Dimitrios... Ich habe bei ihm vier Herzen. Ich habe sieben. Leil. Das ist typisch Fabi, ey. Ich fang wieder im Frühling ein paar neue an. Ey, jedes Mal wenn ich zu Robin renne, habe ich Dimitrios auch was in den Hals geschoben. Ja, das ist dann auch geil, ne? Was mag der überhaupt? Weiß ich nicht. Wir schenken denen einfach immer nur Beeren. So ein ganz übliches Zeug. Was da ist. Ähm... Die ganzen Pferde einfach weg sind schon. Ja, oder unterwegs sind, ne? Na, Mani, kann ich bei dir rein, danke. Wirklich, ja. Das habe ich auch nie bedacht. Weißt du, die kleine Jess, die ist immer wieder da, ne? Warum ich der nichts schenke. Am liebsten mag der Bohnen, Eintopf, Eis, Milchreiß und Erdbeeren. Hi, Jess. Aber für Jess, nimm am besten immer aus der Wüste Kokosnüsse mit, die liebte. Keine Kaktusdinger? Ne, Kokosnüsse. Spuck, ich geb auch die ganze Zeit Kokosnüsse. Jess? Ja, Jess, die kleine... Widerhalge. Ja, nimm ein Geschenk. Ahhhh, ich wollte Hasen verkaufen, aber Mani verkauft heute nicht. Ne. Heute ist Schadinstag. Ja, aber da hängt, die hängt in ihrem Zimmer. Das heißt, die macht nicht mal Frauenfitness. Ne. Grobo ist 8, okay. Also macht sie heute gar nicht. Was willst du kaufen? Omnigioden? Nein, 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 nein. Für 2 Millionen würde ich was kaufen. Aber das darf ich dir bestimmt nicht. Nein. Dahin müssen wir erstmal kommen. Ja. Oh, das wird glaube ich schnell gehen. Ah, das schaffen wir auch, aber trotzdem. So, ich muss einmal noch zu... Wir haben Caroline schon doppelt? Fertig? Keine Ahnung. Pierre, glaube ich. Ein violetter Pilz für Kent. 750 Gold. Oh, ich habe ein Event. Mit wem? Weiß ich gerade noch nicht. Mit Caroline, aber mit Pierre. Ich bin gerade in leeren Schlafzimmer. Weiß ich noch nicht. Ja, da ist keine Person. Meiner steht gerade mit einem Fragezeichen am Bücherregal. Da nehmen wir mal. Du, du hast Pierre's geheime Sammlung gefunden. Okay. Hey, wer ist im Schlafzimmer? Ähm. Kopf rein. Okay. Komisch zu sein. Wie hast du das gefunden? Hey, gib her. Was ist das für eine geheime Bücher Sammlung? Oh, no. Aber jetzt hier wirklich. Versprich mir, dass du niemandem etwas darüber erzählst. Dein Geheimnis ist bei mir sicher. Deine Frau verdient es darüber, Bescheid zu wissen. Oh, Fabi. Dein Geheimnis ist sicher. Och, Mann, ey. Ich hätte die verklickten Bücher gezeigt. Und ich vergesse, dass du in meinem Schlafzimmer herumgeschnüffelt hast. Oh, verklebten Bücher vor allem. Hallo. Grummel, jetzt muss ich ein neues Versteck finden. Grummel. Es soll doch zufrieden sein, dass ich es nicht verraten habe. Ja. Hi, Fabi. Oh, Mann, ey. Auch bald kommt der Nachtmarkt wieder, ne? Ja. Der Nacktmarkt. Du hast Luis bereits zwei Geschenke gemacht diese Woche. Yeah. Wie Fabi je nicht mehr was schenkt. Lohnt sich ja für ihn, ne? Ja. Aber sie ist immer... Meistens sonntags und montags immer nur hin und her, hin und her. Ja. Du bist bekloppt. Ja. Du bist echt bekloppt dabei. Iridium Gießkanne. Live bei dir. So, Thema Clint. Mal gucken, was die jetzt macht. 3, 5, 9, 15 Felder. Einfach an einem Stück. Ja. Wie hohl ist denn das? Wie was geht? Ja. Verlohnung. Ach. Heute ist gleich, ja. Also müsste man jede Jahreszeit locker zwei Saaten kaufen, ne? Mhm. Die im Treibhaus anbauen und die da oft auch weitermachen. Ja. Du kannst ja mit Glück haben, dass du aus einem Ding zwei bekommst. Ja, und dass wir jetzt vielleicht schauen, dass wir in jeder Jahrzeiten wirklich alles nochmal anbauen und jeder davon 15 Stück verkaufen kann. Mhm. Ja, das dauert natürlich, ne? Für den Erfolg, ne? Das ist natürlich auch ein Kraftakt, ne? Das ist halt auch nochmal für den Erfolg, ne? Ja, müssten wir halt eigentlich von jedem extra Kisten hinstellen und dann immer von jeder Sache drei Stück reinmachen. Ich glaube drei. Wenn jeder. Ja, von jedem 15. Jeder muss 15 Nutzpflanzen mal wegschicken. Ja, ja. Aber es gibt ja verschicke von allem etwas. Ja. Ja, das auch. Davon halt die drei Stücke. Für jeden einen. Das dauert auch noch. Ja, ja. Ganz wichtig auf jeden Fall nochmal. Weil du jetzt nicht weißt, was du jetzt schon alles hast. Deswegen muss man auch von vorne. Ja, bei einem 15 Stück fängst du wirklich von vorne. Ne, gar nicht. Anzahl verschickt steht sogar bei. Echt? Ja, bin grad drüber. Anzahl verschickt eine mehr Rettich, lol. 20 Kokusnüsse, 3 Kaktusfrüchte. Ja, ich hab viel, 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 viel. Und du so. Ja, ich werde trotzdem, glaube ich, ab nächstes Jahr alles einmal durchgehen und dann... Lein 596 Blaubeeren. Wo steht das eigentlich? Hast du dann draufgegeben, ne? Ja. Wie viele Blaubeeren? 596. Ich auch. Zählt das für uns alle? Dann zählt das für uns alle. Und Tomaten hab ich 250. Äh... 250. Zählt für uns alle. Zählt für uns alle, ja. Das ist also ein Gemeinschaftserfolg in dem Moment. Ja, hoffen wir mal, ne? Na gut, das ist eine Versandkiste, ne? Wir müssen ja trotzdem alles 15 Mal. Geht euch die... Höllenkarot da auch noch zu verschicken? Ja. Ja gut, dann zählt das für jeden. Ja, weil wir die ja bis jetzt immer nur als Essen gesammelt haben, ne? 15... Soll ich da mal 15 Höllenkarot rein scheppern? Haben wir ja, kannst machen, wenn du willst. Naja, ich hab 45... Ah ne, 55 allein im Kühlschrank. Ja, wie gesagt, haben wir ja alles da. Hast du da? Levis, 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 Levis. Töffelöl. Was willst du mit Levis? Töffelöl. So. Dann geb ich ihm mal den Helm. Gib mal unserem Hund was zu saufen, ne? Ah, das ändert mich dann zuhause. Bitteschön. Wenn ich... Morgen nochmal wieder Mine. Wenn ich das gleich da rauskrieg. Morgen hat der Emo Geburtstag. Ja, stimmt. Ach. So, wo ist der... Wo ist Levis, hm? Zuhause eventuell vielleicht? Zuhause? Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Das ist nur... Keine Questen mehr. Ach. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie viele Questen man schon gemacht hat. Auslüftding auch. Weiß er nicht. Das glaub ich nicht, ne? Ne, glaub ich auch nicht. Aber jede Nutzfleiße heißt eigentlich nur, was man anbauen kann, ne? Der ist doch alles genau da, was du da verschicken kannst. Zwei verschickte Gegenstände, Farmen und Sammeln. Ja, aber natürliche Nutzpflanze. Aber zum Glück zählt das für jeden. Ja, da muss man halt auch erstmal finden. LOL ınıyum lolololo lololololo das eine wird große maio sein ja ach mal abwarten jo pfff ich hab ihn vergessen wen den aaa oder b hm den aaa oder b oooohhhhh b ich hab nur vergessen wen zu beschenken do jetzt noch hier am Bus nein Kneiper so Pam Alalalalalalalala der Kühlschrank ist zu klein ja ne ich möchte das gerade echte Dings ja was ist los mit dem Kühlschrank wenn wir machen hey mach was für dich Kühlschrank vollstopfen hey hey also das ist mal wirklich was tausend an Kindchen hab ihm hier geschenkt die Anime die Säuferin zum Saufen ja so wie sich das gehört hat er nicht gesagt so hm jetzt haben wir das auch schon mal drinnen was kann ich hier Sashimi könnte ich herstellen Sashimi Preisebärsüßigkeit oh stimmt dann sieht man ja auch beim kochen was einem noch alles fehlt naja dann sieht man das ganz gut ja sicherlich das wird noch richtig lustig hm wir würden das selber brauchen wir haben schon 26 Sachen gekocht ja neue 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 Alter, Alter, das sind die Frühlingssachen, das sind die Nacken. Ah, einmal gestrickt. Morgen hat er da kleine Emo Geburtstag. Ist aber gemein von mir. Was denn? Oh, oder was da ist. Hm? Nee, alles gut. Ich guck grad nochmal. Ja, verstanden, ist ja gemein von dir. Würde ich nie sagen. Was ich eben nur gesagt hab? Ja. Ja. Oh, bohnen. So. Gut. Noch hier. Bohnen haben wir. Bohnen? Hier ist Pönchen. Pönchen? Ja, ich bin ja schon ruhig. Nein, muss nicht ruhig sein, aber trotzdem. Mach ich dir auch noch auf. Ach ja. Krieg mich mal ins Bett. Ja, ich auch gleich. So, Schatz. Wenn du vergisst, die Werkstücke kannst du in der Hand haben, aber keine Mineralien oder so. Hallo. Hallo, Fleisch. Hallo. Hallo. Willst du sagen, was jetzt schon, dass wir noch so ein paar Nutzpflanzen reinschmeißen, dass wir die fertig haben, oder erst am Ende? Am Ende. Okay, dann packe ich die Sachen wieder zurück in die Kiste. Oh, was wolltest du denn machen? Erstmal einfach nur Bohnen und Kakteen aus dem Gewächshaus reinschmeißen. Kannst du erwarten. War gerade nur so euphorisch. Du wolltest machen, was sagst. Euphorie. Vielleicht du heute frisstack. Was denn? Was denn? Wenn wir ein Kind haben. Ja. Boah, wie schnell bei dir. Kann's halt. Kann's halt. Ach ja. Weil vielleicht hat es vor lange gedauert, ne? Hm. Gut, ich war ja auch selten zu Hause, ne? Hm. Glücksmahlzeit, aber kennen wir schon. Ja, Schatz, du bist am Herd. Hier, Wiederholung. Also ist aber schon mal gut, dass wenn man steht, Wiederholung, aber wir gehen die angucken. Emily hat ein paar Zäune gerade repariert. Sie repariert Zäune, obwohl nichts kaputt ist? Die waren wohl kaputt. Aber ob das stimmt, dass sie die dann repariert hat, keine Ahnung. Ich muss meinen Boden überarbeiten. Oder ob sie überhaupt. Mir gefällt mein Schlafzimmer am Boden nicht. Ich muss generell die ganzen Böden noch überarbeiten. Mache ich aber später mal. Ich habe das Ding einfach mitfragen. Ach, das ist über den gleichen Boden, ne? Hm. Ich habe eigentlich ja schon diese Woche Geschenke gemacht. Ich habe ja Flashtanheiten auch schon. ich gebe dir gleich alte alte möchte ich kaputt mongodo mach ich kaputt mach ich nicht vielleicht war ne alte pizze hab ich schon gemacht was hast du gemacht? ich hab die pizze geerntet unser kleiner emo hat geborstet denkt dran ich habe sicher dass der schatten her haben will ne? ja hab ich noch ne andere pizze gegen den schenken deswegen guckt fabi doch immer extra nochmal nach ach der kann von mir die gefrorene tränen haben da hab ich voll viele von naja haben wir auch hast du auch die tiere gemacht? ne ne? mhm fahr geht raus an chris nee weil die wird die frage wird noch nicht rauskommen weil ich die tiere niemals mache never ever never ever never ever mhm niemals müssen wir mal gucken dass er vielleicht im frühling oder im sommer weizen anbaut da bei den tieren ne? mhm oder gras wieder wir müssen jetzt auf jeden fall kaufen unsere silos leer ja ich hab 30 reingetan weil ich per post was bekommen hab ist das leer? ja 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 ich wollt eh zu mani äh heizung kaufen oder? arzen kaufen mhm du hast gewusst das kind liegt noch im bett mhm stimmt mhm 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 mhm